Sperrstunde Okay, wir sollen den Bohrer durch, äh, das Kraftwerk nach dem Bohrer durchsuchen Damn! Gucken, wie die heißt Äh, hallo? Ach, müssen wir hier lang? Warte, ich test es mal Ja, hallo, jup Müssen wir Ey, oh Habe gar nicht gesehen, dass da ein Typ stand Okay Okay Das war auch noch eine Demo, ich erinnere mich Aha Pflanzensamen Was auch immer die machen Wenn wir wahrscheinlich noch irgendwann herausfinden Also ich meine Ich weiß, was Pflanzensamen machen, ne Aber nicht in diesem Spiel Wofür wir das hier brauchen Hier können wir nicht rein Vielleicht irgendwie, um mehr Karottenjuice zu kriegen oder so Hallo Oh, Shotgun-Typi Bam Okay Okay Okay, da sammelt nicht alle Alles Geld ein Äh, muss ich mir merken Er hat ihn völlig abgeschrieben Ähm Geil Okay Okay Oh ja Yep, seid ihr Moin Für alle, die nicht wissen, was Abschreiben ist Es ist in der Buchhaltung Von einer Firma Man kann Aber Alter Gutes Beispiel ist ein Auto oder ein LKW Wenn eine Firma ein LKW besitzt zum Beispiel Wenn man den kauft und den benutzt, dann verliert er ja an Wert Ist ja logisch Ähm Und die Man kann die Man kann die Den Wert Durch verschiedene Methoden abschreiben Jedes Jahr Dass sich das quasi In dem Wert Wiederspiegelt Und der wurde Also wenn irgendwas komplett abgeschrieben ist Ist es quasi Null Euro wert Oder nur einen Euro wert Und der Typ Den wir eben geklatscht haben Wurde halt komplett abgeschrieben Deswegen war das ganz lustig Äh Okay Okay Wir trinken mal was Trinken nochmal was Äh Irgendwie kann man nicht wirklich ausweichen Au Aha Okay Man kann Alles klar Kann direkt Mit hoch springen Okay Hallo Okay Okay Ah ja Jetzt bewegt sich alles Und wir müssen hochkommen Okay Okay Die Tür ist offen Naja Weil der Strom an ist Anscheinend Die aber nicht Schade So So Mhm Da waren wir ja schon drin Da rechts Äh Was Achso Hier drauf Easy peasy Lemon squeezy Äh Weiter hier Upgrades Oh oh Mechanisches Monster Ja hallo Hallo Ich möchte gerne Ja Nein Ah Repariert habe ich schon Skill freischalten Please Okay Wir brauchen überall Äh Daten Datendisk Aber ich glaube Wir sparen jetzt hier drauf Damit wir mehr EP Wiederhergestellt bekommen Die EP seht ihr übrigens leider nicht Da bin ich drüber Aber ich glaube Das ist jetzt nicht unbedingt So wichtig Dass ihr die seht Wenn doch Sagt es mir Dann Mache ich mich beim nächsten Mal Auf die andere Seite Oh Ähm 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 Okay Ah er lädt nach Uuuuh Au Okay Hallo Schieß Aua Okay Das Reicht nicht Die Zeit reicht nicht Aua What What Au Hä Warum Alter Warum konnte ich ihn nicht greifen Jetzt Wahrscheinlich muss man die dann in einer Combo greifen oder so Oder wenn sie nicht aufpassen beim Nachladen Nach dem Bohrer suchen Was ist das hier Generalschlüssel Brauchen wir Was haben wir hier Okay Haben nicht genug ne Für Ne 100 Stück brauchen wir noch Beziehungsweise 84 Aua Bisschen eklig gerade hier Die Situation Alter Gibt's Keine Möglichkeit Die Dings abzuwehren Ey Mein Gott Ja Geld Geld Gib mir dein Geld Du Schwein Das war jetzt ja wirklich ein Schwein Also Okay Da Ich hab da noch ein Dings gesehen Haben wir jetzt Ne Wir haben noch nicht 500 Dimmdimmdimmdimm Cooler Hintergrund So Was haben wir denn hier Hallo Was ist das für eine Legende Ein Händler ist da oder was Aber wir gehen mal hier weiter Taser Drücke um den Taser aus dem Gredrat zu wählen Halte Pariere Angriffe Ach Hier ist man Kommt man nur optional hin Oder was Also Oder jetzt noch nicht hin Eigentlich Krass Aber ich glaube ich werde sehr wenig parieren Ich bin ziemlich schlecht Im parierenden Videospielen Bäm Äh Immer noch nicht 500 Sag mal Ernsthaft Okay Hier ist nix Okay Ach Ach Oh ja Bap Zu spät Okay Ach Okay Man kann auch nur Man kann nicht unendlich Sachen parieren Dafür hat man auch diese SP Wie die Tschüss Au Dammit Sag mal Alter Jungs Entspannt euch Junge Und tschüss Und tschüss Hm Klar Okay Okay Also diese SP Ne EP Benutzt man also zum Heilen Und zum Parieren Zum Beispiel Wahrscheinlich dann noch für Irgendwelche Sachen Wahrscheinlich für vier Sachen Oh Das fühlt sich halt echt geil an, Leute dann noch im Sprung zu greifen so jetzt erst mal skill freischalten ich bin noch an die steuerung von metroid red gewöhnt deswegen drücke ich ganz auf den falschen knopf ja ich möchte gerne reparieren danke danke okay WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Nein. Okay. Dann. Aua Aua Alter Hä? Voll eklig Ey, diese Laser, ne? Okay Okay Mein Gott Oh, gerade noch so Wir haben den Robo-Kern besiegt Oder wie das hieß Nice Datenträger Schön Okay Hier hätte man nicht weitergekommt Yo Das war's schon mit der Folge Vielen Dank fürs Zuschauen Checkt doch mal meine, äh, anderen Kanäle ab Hier Äh, und Überlegt euch ein Abo Und ein Like da zu lassen Würde mich sehr freuen Bis zum nächsten Video Macht's gut Tschüss Das war's Wie Lets 광 led Gälder ravel Gebie Viel Is 怎么 Den Bas